Honigperlen, Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der Dich bei Deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter, ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Du mit dabei bist. Hey und schön, dass Du bei der heutigen Episode mit dabei bist. Ich werde diese Episode heute ein bisschen anders starten. Wir beginnen mit einer Geschichte, einer wahren Geschichte, nicht aus meinem Leben, aber aus dem Leben von wahrscheinlich Millionen Menschen, die ganz, ganz ähnliche Geschichten erlebt haben. Mein braves Mädchen, sagte Lisas Vater oft, bevor er sie als Kind in seine Arme schloss. Und das war Lisa auf jeden Fall ein Vorzeigekind, das niemals bockte, das unkompliziert und vor allem auch bescheiden war. Von klein auf hatte Lisa den Drang, ihren Eltern und anderen immer recht zu machen. Sie lernte förmlich, die Bedürfnisse anderer zu erspüren und zu erfüllen. Sie war ein wahnsinnig empathisches Kind. Dass dieses Verhalten eine Schutzstrategie ist, das verstand Lisa mit ihren damals acht Jahren natürlich nicht. Die Beziehung ihrer Eltern war alles andere als einfach und ihr kleiner Bruder war das Gegenteil von ihr. Er schrie, er schlug, er protestierte und er verbrannte so die wenige Energie, die den Eltern neben ihren eigenen Beziehungs- oder Geldproblemen noch blieb. Genau genommen sah Lisa daher unbewusst keinen anderen Ausweg als diejenige zu sein, die es allen recht machte und unkompliziert war. Als sich Lisas Eltern dann endlich scheiden ließen und der Kontakt zu ihrem Vater immer weniger wurde, suchte Lisa den Fehler bei sich. Sie fühlte sich abgelehnt und versuchte von da an noch mehr allen anderen, insbesondere ihrem Vater, zu gefallen. Heute ist Lisa 37 Jahre alt und obwohl sie längst eine eigene Familie gegründet hat und die Verhältnisse in dieser völlig anders sind, spielt sie noch immer das brave achtjährige Mädchen, das versucht, Everybody's Darling zu sein. Und dieses kleine Mädchen steckt in ganz, ganz vielen von uns. Das innere Kind in der Erwachsenenwelt. Das Verlangen nach Anerkennung. Dieses Fall ist kein Einzelfall. Besonders Frauen haben häufig den Drang, nicht anzuecken und jedem gefallen zu wollen. Und diese Dynamik, die man auf den ersten Blick vielleicht als Nettigkeit oder als Hilfsbereitschaft verstehen kann, hat tiefgreifende und zwar negative Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen. Aber lass uns vorerst einmal feststellen, ob auch du ein kleines verletztes Mädchen in dir trägst, das sich immer noch darum bemüht, jedermanns Liebling zu sein. Dafür habe ich dir sechs häufige Anzeichen mitgebracht. Nr. 1. Ständiges Bemühen, es allen recht zu machen. Menschen, die unter dem Drang leiden, es allen recht machen zu wollen, neigen dazu, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche hinten anzustellen, um sicherzustellen, dass andere zufrieden mit ihnen sind. Nr. 2. Die Angst vor Ablehnung oder die Angst, verlassen zu werden. Das innere Kind in der erwachsenen Frau fürchtet oft Ablehnung oder Kritik, weil es damit die Gefahr, verlassen zu werden, verbindet. Eventuell durch frühkindliche Erfahrungen. Daher vermeidet es konfliktreiche Situationen und sagt und tut Dinge, die ihm eigentlich innerlich widerstreben. Nr. 3. Mangelnde Grenzen. Wenn das kleine Mädchen in dir noch immer allen gefallen möchte, fällt es dir mit hoher Wahrscheinlichkeit schwer, klare Grenzen zu setzen. Du hast Angst davor, als egoistisch oder als unhöflich wahrgenommen zu werden und anderen dadurch eben nicht zu gefallen. Du hast Angst davor, dass wenn du Grenzen setzt, du von anderen nicht mehr gemocht wirst. Das kann langfristig zu einer Überlastung führen. Nr. 4. Die Suche nach Anerkennung. Das Bedürfnis nach Bestätigung von anderen kann zu einem ständigen Verlangen nach Lob führen, da dies dir kurzfristig das Gefühl gibt, gemocht, geschätzt oder gebraucht zu werden. Nr. 5. Die Vermeidung eigener Interessen. Getrieben durch das kleine Mädchen in dir, das es allen recht macht und immer gefallen möchte, opferst du oft deine eigenen Interessen und Hobbys, um Zeit und Energie in die Erfüllung und die Erwartungen anderer zu investieren. In der Praxis sieht das so aus, dass du z.B. deine eigenen Hobbys aufgibst und die deiner Freunde, deines Mannes, deines Partners annimmst. Nr. 6. Du fühlst dich auch oft wie das kleine Mädchen von damals, nämlich wie ein Opfer oder ausgeliefert oder handlungsohnmächtig. Nr. 7. Du fühlst dich sehr oft schwach wie ein Kind, vor allem dann, wenn es z.B. zu Konflikten kommt oder wenn es in der Partnerschaft nicht so läuft, wie du es dir wünschst. Nr. 7. Der Schmerz hinter der Gefallsucht. Nr. 8. Die Gefallsucht ist nichts anderes als eine häufige Schutzstrategie des verletzten inneren Kindes, die vor allem bei Frauen sehr, sehr weit verbreitet ist. Nr. 9. Das kleine Mädchen in dir möchte sich durch sein Verhalten absichern. Es will verhindern, dass es den Schmerz der Kindheit, der ja meist durch Abweisung verlassen werden, Ausgrenzung oder Zurückweisung entstanden ist, erneut erlebt. Indem es jedem gefällt, indem es allen anderen immer alles recht macht und niemals Konflikte eingeht, glaubt es genau dieses Ziel zu erreichen. Es glaubt, sich dadurch abzusichern. Eine weitere Ursuchtsache, warum Gefallsucht gerade bei Frauen so weit verbreitet ist, sind die vorgelebten Geschlechterrollen. Viele von uns wurden in der Kindheit dazu erzogen, wie sich eine Frau zu verhalten habe. Während Männer dominant ihre Meinung vertreten durften, hatten sich Frauen zurückzuhalten. Obwohl das alles längst überholt erscheint, verhalten sich viele Frauen auch heute noch genauso. Es passiert auch häufig, dass Frauen, wenn sie dominant sind und bestimmend sind, von anderen verurteilt werden, während diese Eigenschaften bei Männern als positiv anerkennt werden. Und unbewusst versuchen sie, die Rolle der Frau, die immer lieb, nett und unkompliziert ist, deshalb zu erfüllen. Und was hat das für Auswirkungen auf das erwachsene Leben, auf dein Leben? Fakt ist, dass Gefallsucht ein extrem selbstsabotierendes Verhalten ist. Und hier sind einige negative Auswirkungen. Erstens, die Selbstverleugnung. Das ständige Bemühnis, allen recht zu machen, kann zu einem Verlust des eigenen Selbst führen. Das heißt, man weiß irgendwann gar nicht mehr, was sind denn meine eigenen Wünsche, meine Bedürfnisse. Zweitens, Beziehungsprobleme. Schwierigkeiten, klare Grenzen zu setzen und eigene Bedürfnisse auszudrücken, können zu Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen führen, da die Person möglicherweise nicht authentisch ist. Drittens, Stress und Erschöpfung. Die ständige Anspendung, den Erwartungen anderer gerecht zu werden, kann zu einem chronischen Stress und sogar zu einem Erschöpfungssyndrom führen. Viertens, geringes Selbstwertgefühl. Das Verlassen auf externe Anerkennung, um den Selbstwert aufrechtzuerhalten, kann zu einem völlig instabilen Selbstbild führen. Und verpasste Chancen. Die Vernachlässigung eigener Interessen und Ziele kann dazu führen, dass Chancen im persönlichen und im beruflichen Leben verpasst werden. Kurzum, es kann dazu führen, dass du dein Leben und dein Lebensglück verpasst. Das kleine Mädchen an die Hand nehmen. Wie kannst du dem verletzten Mädchen in dir, das das selbstsubitierende Muster ist, jedem recht machen, um gefallen zu wollen, in dir aufrecht hält, endlich helfen? Und hier kommen mögliche erste Schritte. Erstens, Bewusstwerdung. Versuche herauszufinden, warum du dieses Muster lebst. Welche Kindheitserfahrungen haben womöglich dazu geführt? Welche Angst steckt dahinter? Und existiert der Grund für diese Angst überhaupt noch? Du findest im Übrigen wieder alle Fragen und den gesammelten Blogbeitrag, beziehungsweise Podcast als Blogbeitrag, den Link wieder unten in den Shownotes. Da kannst du auch nochmal alles nachlesen. Zweitens, mach dir bewusst, welche Nachteile dieses Verhalten für dich hat. Notiere dir schriftlich, zum Beispiel, dass du keine Zeit für dich hast oder keine Energie für eigene Hobbys, den Druck, den Stress, die Zerrissenheit, die negativen Emotionen. Drittens, stell dir ein Leben vor, in dem du dich nur darauf konzentrierst, dir selbst zu gefallen. Stell dir vor, wie du heute als ganz neuer Mensch ohne Vorgeschichte auf diese Erde kommst. Was würdest du tun? Diese Vorstellung kann dir dabei helfen, herauszufinden, was du wirklich willst. Stell dir ein Leben vor, in dem du dich darauf nur konzentrierst, dir selbst zu gefallen. Und dann notiere mit Stichworten, wie dieses Leben konkret aussehen würde und wie du dich dabei fühlen würdest. Nummer vier, schreib dem kleinen Mädchen in dir einen Brief. Erkläre ihm liebevoll, warum es wichtig und notwendig ist, diese Verhaltensmuster endlich abzulegen. Mach ihm klar, dass du heute eine erwachsene und selbstständige Frau bist und diese Schutztrategie aus deiner Kindheit nicht mehr brauchst. Schenk ihm mit Worten deine Liebe, deine Zuneigung, nach der er schon so lange gelächzt hat. Wenn das kleine Mädchen in dir noch immer weint, dann hast du in diesem heutigen Podcast erst die Ideen gefunden, wie du dem Mädchen in dir helfen kannst, wie du damit umgeben kannst. Wenn du noch tiefer tauchen möchtest und all diese Verhaltensmuster endlich auflösen willst, eine klare Anleitung für deine innere Kindheitswundenheilung haben möchtest, die bekommst du von mir in meinem einzigartigen Intensivkurs Befreie dein inneres Kind mit Live-Begleitung in der Variante nur für dich oder innerer Kind-Mentor. Wenn dich dieses Sechs-Wochen-Programm interessiert, das jetzt gerade aktuell zum letzten Mal heuer startet, nur noch für wenige Tage buchbar, dann schau gerne unten in den Link hinein, den ich hier in die Show Notes gebe. Hier findest du alle Informationen zu diesem Programm sowie auch ganz viel Feedback von Menschen, die dieses Programm schon besucht haben. Mittlerweile sind es 1.500. Und ja, alles, was du wissen möchtest. Und natürlich stehe auch ich dir jederzeit für Fragen zur Verfügung. Du kannst mir jederzeit eine Mail schreiben oder mich zum Beispiel auf Instagram kontaktieren. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hier hören. Herzlich, deine Melanie.